Hallo Freunde, ich bin jetzt unterwegs im Allgäu. Der Winter will sich anscheinend verabschieden, aber so ein paar Zugungen gibt es noch und die will ich festhalten. Ich bin jetzt unterwegs oberhalb der Ortschaft Eisenberg und ich möchte hoch die beiden Burgen besuchen und mal schauen, was ich da so von den Linse bekomme, ob das alles gut funktioniert. Ich hätte ganz offensichtlich auch mit dem Auto hier hochfahren können, aber dann wäre der Spaß ja gleich vorbei. Es ist wunderschönes Wetter, überhaupt nicht mehr kalt, ich glaube so um die 0 Grad und ich werde jetzt einfach weiter marschieren. Mal sehen, was sich so tut hier im Allgäu. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir befinden uns jetzt auf der Geschützplattform. Also hier haben die auch die bösen Buben dann geschossen. Und wenn wir uns dann vorstellen, wie die Leute früher hier leben mussten, die sanitären Anlagen, gleich null fließend Wasser, gleich null Heizung, eventuell offenes Feuer. Das war sicherlich nicht so schön, das Ritterleben, wie es mal in alten Ritterfilmen gezeigt wird. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier mit einem Blick auf die Burg Eisenberg endet meine kleine Tour durch das Allgäuer Burgenland. Ich nenne das einfach mal so. Burg Eisenberg und Hohen Freiberg waren heute mein Ziel und es war sehr interessant und sehr schön und ich hoffe es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ein Vorteil hat es jetzt natürlich, weil die Bäume, die lassen mehr Sicht auf die Burgen und auf die Ruine zu. Also vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, Servus!